Findest du es nicht manchmal komisch, dass wir uns mal so gut gekannt haben? Ja. Manchmal gucke ich dich an und ich erkenne dich gar nicht mehr richtig. Drei befreundete Paare treffen sich am Samstagabend zu einem luxuriösen Dinner. Doch die unbeschwerte Stimmung wirkt angespannt. Denn alle Paare haben im Laufe der Zeit Beziehungsprobleme bekommen. Die Liebe. Habt ihr auch gelesen, dass Sie jetzt sagen, dass alles nur der Geruch ist? Pheromene oder so ähnlich. Das hab ich dir erzählt und es heißt Pheromone. Pheromone. Genau. Man hat diese Dinge an der Nase und damit sucht man sich seinen Partner aus. Man kann das gesamte genetische Programm riechen. Wenn eine andere genetische nicht zu mir passt, verliebe ich mich auch nicht. Als eine der Frauen behauptet, dass die meisten Männer mit geschlossenen Augen ihre eigene Frau nackt nicht erkennen würden, beginnt ein gefährliches Experiment. Heike Makac, Benno Führmann, Alexandra Maria Lara und Jürgen Vogel in einer Komödie von Doris Dörrier aus dem Jahre 2002. Nackt. 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 Nackt.